Hallo Leute und willkommen zurück. Wir zocken heute 15 Samurai auf 4 Euro. Ich bin mal gespannt. Die Freispiele sind schon am Start. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Das erste Symbol ist schon mal da. Auch an einer guten Position. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Untertitelung. BR 2018 Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn, oder? Was sagt ihr? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Gewinn. Das kann man doch mal mitnehmen oder? 160€. So läuft das. Weiter geht's. 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 Weiter geht's.